It's Monday. Montag Mittag, ab wenn es zölkisch fit ist. Wie jeden Montag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe The Rock besiegt. Ich habe tatsächlich The Rock besiegt. The Rock war der Haufen an Scheiß, der hier stand. Und der ist weg. Und jetzt muss ich nur noch Stab saugen. Und dann ist das hier fertig. Und es hat so viel Zeit gekostet. Ich glaube, heute passiert nicht mehr arg viel. Eine Kleinigkeit gibt es noch. The Rock ist ja wie gesagt weg. Aber in The Rock war nicht nur Scheiß drin, sondern da war auch noch so ein Lautsprechersystem. Und weil ich also gerne Schallblattmusik höre und irgendwie das Sound hier raus aus dem geilen Soundmaster nicht wirklich so cool ist, hänge ich jetzt einfach das Soundsystem an den Soundmaster dran. Mal gucken, was passiert. So, klingt auf jeden Fall besser. So sieht es jetzt aus. Und ich sage schon mal Bye-Bye und Ciao-Ciao. Bis morgen. Bye-Bye. Schrei zu uns. Vollfett. Du installierst. Das ist so geil, guck mal. Gibt es denn jetzt hier irgendwo eine Stelle in der Bude, wo kein Licht ist? Also was Farbigesicht meint. Ja.